Wir sind jetzt hier an der Desperados-Bude. Ich steig euch hier mal. Ja, hi. So, hier ist die Desperados-Bude. Hier sind sehr crazy Leute, die man ja sieht hier, ne? Also hier gibt es gutes Desperados, extra speziell dafür eine Bude. Ich bin übrigens schon gut, mit dem ist noch immer noch da, aber der ist noch so. Jetzt fällt es wieder. Ach gut, schau.